So, guten Tag! Hallo Christian, machst du Fisch heute? Roberto, machst du Fisch? Wir machen den Fisch. Chef macht heute Fisch. Und was machen wir heute für den Fisch? Ein Gotteslachs. Marie, schöner Fisch? Ja. Sehr schöner Fisch. Toll. Richtig geil. Gibt es auch, glaube ich, diese Kino beim Hai- und Thunfisch. Geiler Mund. Richtig geil. Also, das ist unser schöner Gotteslachs. Die werde ich jetzt filetieren. Der liegt jetzt um die 30 Kilo. Werde ich jetzt schön, ein schönes rotes Fleisch, schön feste, richtig Geschmackspanns. Ist natürlich Freifang. Das krieg ich immer wieder. Aber ich habe das genommen und freue mich, dass ich den jetzt heute auf meiner Karte. Bis später.